Also, dieser Apparat, dieses Gerät, es befindet sich irgendwo auf dem Schiff. Und, ähm, Sachen, 18 Uhr, das ist pünktlich da, Sachen irgendwo, Sachen, ich, ich seh sie, ich mach den Dividier rein. Ah, ja, Mann, die gefällt mir, Sachen, 18 Uhr oder 20 Uhr, ist, wie, na, Sachen, ganz pünktlich, das Ding, wo bist du, Sachen, das ist, ist nicht schmussen, das ist ein elektronisches Gerät, das pünktlich da ist, das, ähm, Das, ähm, das ist ein elektronisches Gerät.